Wir haben heute die Ehre, eine Weltneuer zu präsentieren. Die erste Smartware-E-Sports-Gaming-Marke, die es gibt. Wir wollen hier heute ein Zeichen setzen. A1-E-Sports-Smash Cup. Vier Finalisten kämpfen heute um den Titel. Es ist ein großes Finale, auf das freuen wir uns ganz besonders. Drei unserer besten Spieler aus Österreich plus ein wirklich, wirklich guter Spieler aus Deutschland. Eigentlich hat es noch nie so ein großes Event gegeben, was Smash betrifft in Österreich. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden und ich hoffe, dass mehr solche Events entstehen. Immer wieder wunderschön. Und das sitzt und das ist das Game. Und damit 2 zu 0. Ja, weil wir sehen, jetzt ist Schatz verdient. 3 zu 0. Favorites Turnier ist jetzt schon raus und das war eine ganze Leistung. Und da haben die Farbbombe durchrechnen. Das ist doch ein schöner Predict. Der Flashback kommt durch. Man ist hier noch auf 100%. Und da kommt der Front-Hit immer wieder. Wir kommen zurück jetzt zum großen Finale hier beim A1-Smash Cup. Wig gegen SD. Österreich gegen Deutschland. Wulff gegen Ajax. Die beide haben sich jeweils 13 Uhr durchgesetzt. Also wirklich verdient hier im Finale. Das sieht gerade noch so aus mit dem Recurray. Auf die von Ajax. Und da kommt das Backup. Das ist das Game. Und damit entscheidet Wig das Game für sich. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich habe mich sehr gefreut, weil es einfach so ein Turnier in dem Kaliber in Wien und Österreich noch nicht gab. Also das ist schon ein ziemlicher Fortschritt, was Isfass betrifft. Und so was Großes zu gewinnen. Fühlt sich einfach nur extrem cool an. Und ja, ich habe mich einfach extrem gefreut. Wir werden sich jetzt noch ein bisschen feiern. Und dann werde ich sicher super schlafen haben.